Herzlich Willkommen liebe Zuschauer und Zuschauer bei Technikland Music. Ich möchte euch heute ein neues Produkt vorstellen. Das Produkt ist ungefähr wie das vorige Produkt, was ich euch im letzten Video gezeigt habe. Das, was der liebe Speaker-Schocker auch hat, das ist dieses hier. Das ist ein Bluetooth-Transmitter. Bei dem hier kannst du einmal Bluetooth, also da kannst du dich mit dem Ding hier per Bluetooth verbinden. Du kannst dann hier deine Kopfhörer oder Stereoanlage anschließen. Und wenn du senden möchtest, also Bluetooth empfangen, sage ich jetzt mal vom Fernseher oder von einem externen Gerät, dann muss man das hier einstecken und dann kann man mit dem Gerät eine Bluetooth-Box, also man könnte jetzt ein normales Klinkenkabel nehmen, vom Fernseher bis hier rein. Dann schaltet man das Ding ein und dann muss man eine Bluetooth-Box nehmen, ist egal welche. Man kann auch eine Soundbar nehmen, die Bluetooth kann. Dann verbindet man sich das hier mit. Ja, und so ist es eigentlich quasi hiermit auch. Nur hiermit ist es ein bisschen anders. Hiermit kann man nur Bluetooth auf dem, also hier auf dem Bluetooth geben. Man kann sich mit dem Handy nur verbinden und kann dann an der externen Stereoanlage oder Bluetooth-Lautsprecher oder sonst, was kein Bluetooth kann, kann man dann anschließen über 3,5 Milliliter Klinke. Da kriegt man dann auch so ein Stück dabei, Klinke auf Klinke. Dann hat man hier, dann hat man hier an der Seite so eine, sieht man jetzt schlecht, da Klinkenbuchse, 3,5 Milliliter Klinke. Und auf der anderen Seite haben wir einmal zwei Button, Plus und Minus. Und auf der Oberseite, da steht einmal hier die Marke und einmal der Power-Off-On-Button. Und auf der Unterseite, da haben wir einen Micro-USB-Anschluss. Das heißt, damit kann man den integrierten Akku laden. Da ist auch ein integrierter Akku mit drin. Und ich zeige euch das jetzt mal in Hand von meiner Anlage. Und liebe Zuschauer, Zuschauerinnen bei Techniklamp Music, ich möchte mich vielen, vielen herzlich bedanken für die 200 Abonnenten. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es weiter so geht. Ein richtiges Abo-Special kommt auf jeden Fall noch. Das ist jetzt erstmal so ein kleiner Zwischenteil. Und ja, genau. Um dieses Gerät jetzt zu nutzen, erstmal vollständig aufladen. Und dann guckt, dass ihr zu Hause eine Stereo-Anlage habt, so wie jetzt ich. Das ist jetzt eine Philips. Musik-Anlage. Da ist nur CD, Radio, USB drin und AUX. Ihr müsst darauf achten, dass das einen AUX-Eingang hat. Sonst müsst ihr gucken, dass ihr einen, wenn ihr so eine Baustein-Anlage habt, dass ihr so Tape, also wo ihr den Kassetten-Rekorder anschließt oder den CD-Rekorder, dass ihr dann wieder an über ein anderes Kabel, das ist dann einmal 3,5 Milliliter Buchse auf zwei Zinch-Buchsen. Dann könntet ihr das mit eurer Baustein-Anlage auch verbinden. Das Kabel musste ich mir aber selber holen. Oder es hatte ich mal noch irgendwo liegen. Oder ihr könnt auch dann hier sowas nehmen. 3,5 Milliliter Klinke auf zwei 3,5 Milliliter Buchsen. Das wird euch aber nicht viel helfen, deswegen kauft am besten dann hier wirklich sowas. Klinken-Buchse auf Zinch-Buchsen. Dann könntet ihr das direkt verbinden. Ich zeige euch das jetzt mal in Hand an meiner Anlage. Und ja, schalten wir erstmal die Anlage ein. Vorher könnt ihr das ruhig reinstecken. Da steht jetzt Disc. Ihr könnt natürlich auswählen, wo ihr das natürlich haben wollt. So, schön reinstecken in den AUX-Eingang. Da muss ein AUX-Eingang vorhanden sein. So, da steht jetzt No Disc. Und dann geht ihr über den Menü-Button. Ist bei jeder Anlage anders. Aber dann geht ihr über den Menü-Button. Geht ihr auf, sag ich mal AUX-In. Oder so wie bei mir, Audio-In. Dann sollte die passende Quelle ausgewählt sein. Und drückt lange die Power-Taste. Wenn das Gerät vollgeladen ist. Dann solltet ihr einen Sound hören. Macht mal die Anlage ein bisschen lauter. So, dann könnte man das besser hören. 3, 2, 1. Lange drücken. So, jetzt habt ihr gehört. Die ganz normale Bluetooth-Sound ist da. Dann wisst ihr, dass ihr die richtige Quelle genommen habt. Und der hat sich jetzt direkt mit meinem Handy verbunden. Ja, das Knacken ist jetzt normal. Ich weiß jetzt nicht warum. Muss ich mal schauen. Noch. Und dann haben wir hier an der Seite noch zwei Taster. Für Plus und Minus. Damit kann man nicht nur die Lautstärke steuern. Sondern auch mit kurzem Tipp-Befehl. Also kurz Tipp-Befehl. Kann man die Lieder vor und zurück schalten. Und lange Tipp-Befehle. Also lange drücken. Damit kann man die Lautstärke dann extern noch regeln. Also man könnte hier an dem Ausgang sogar noch alte Bluetooth, äh, alte Kopfhörer anschließen. Die kein Bluetooth können. Das sind normale Schnurr-Kopfhörer. Dann wäre das quasi auch wie ein Bluetooth-Kopfhörer dann in dem Sinne. Ne? Ich werde euch jetzt ein bisschen Audio abspielen. Musik. Ich hoffe, liebe YouTube-Team, dass das Copyright-freie sind. Weil das sind Lieder, die ich jetzt im Moment nutze, die ich selber produziert habe. Mit einer Musik-App. Und, äh, ich verstehe es nicht, wenn ich das als Video hochlade, dass dann immer Urheberrecht, Urheberrecht da drin ist. Und das schnurrt, kotzt mich manchmal schon an. Äh, deswegen. Da tue ich so viel Arbeit und Mühe investieren. Und dann kommt auf einmal so ein Scheiß. Dann muss ich leider immer die Videos löschen. Sorry für die Leute, die meine Videos lieben. Und auf einmal sich fragen, hey, warum löscht Technik-Lampen-Music das andauernd? Dann bringt das doch nichts. Ja, ich muss das leider löschen, wegen Urheberrechte dann. Und, äh, ja. Jetzt starten wir mal die Musik. Äh, hiermit kann man auch dann anrufen. Also, wenn man jetzt mit die... Power Start, Power Taste. Da kann man auch die Kurzbefehl Taste, Play Pause. Die Langbefehl Taste, Ein- und Ausschalten. Und einmal die Doppelbefehl Taste. Damit kann man sogar jemanden anrufen, den man zuletzt auf dem Handy angerufen hat. So, jetzt starten wir die Musik mal. 3, 2, 1... Ich mach's jetzt mal ein bisschen leiser. Man kann's hier über der Anlage, wie gesagt, steuern. Man kann's auch hier drüber leiser machen. Aber wenn ihr hier drüber leiser macht, sag ich euch nur eins. Dann regelt ihr gleichzeitig auch die Lautstärke am Handy. Ne? Okay, geht's jetzt mal los. So könnt ihr eine alte Musikanlage Bluetooth-fähig machen. Dann kann man hier, wenn ihr nächstes Lied wollt, und das sollte mit dem Steuerkreuz nicht funktionieren. Kann man ja mal machen. Funktioniert nicht. Ja, dann kann man jetzt hier drüber, dann die Lieder steuern. Wie gesagt, Kurzdrückbefehle vor und zurück und lange drücken laut leise. Ja, so kann man hier drücken. Ja, so kann man dann die Lieder halt durch skypen. Jetzt machen wir hier wieder zurück. Ja, man kann hier auch pausieren. Kurz drücken auf die Power-Taste. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. euer Techniklampen-Music. Und mit lange drücken. Schaltet man das Ding aus. Bis zum nächsten Mal. Euer Techniklampen-Music. Wenn euch dieses Produkt gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich kann es gut jedem empfehlen, obwohl ich es vor ein paar Minuten ausprobiert habe. Ich kann es wirklich sehr gut jedem empfehlen. Ja, Gebrauchsanweisungen gibt es dafür nicht. Also ich habe es von Ebay und dafür gibt es keine Gebrauchsanweisungen. Aber das Ding ist eigentlich relativ selbsterklärend. Und ja, genau. Hier ist das gleiche halt mit. Nur halt in groß. Längere Akku-Laufzeit. Aber hier ist ein Feature mehr drin. Dass man vom Fernseher, sag ich jetzt mal, mit Aux-Kabel hier dann reingeht. Und dann kann man dieses Bluetooth-Signal, also dieses Fernseh-Signal auf Bluetooth-Signal umwandeln. Und dann kann man das über eine Box oder Soundbar oder sonstiges laufen lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wenn ihr Fragen habt zu diesem Produkt oder generell Fragen habt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ciao.